Hallo zusammen! Ich stelle euch dieses Spiel Paperback vor. Es ist ein Kartenspiel für zwei bis fünf Spieler mit einer angegebenen Spieldauer von 45 Minuten. Als Taschenbuchautor versucht ihr in dem Spiel einen Roman zu erstellen und dabei den meisten Ruhm zu erlangen. Hierzu bastelt ihr verschiedene Buchstaben zu Wörtern zusammen und wie genau das funktioniert, zeige ich euch in diesem Video. In der Box findet ihr eine Menge an Karten. 66 Karten, die einen Buchstaben zeigen, 20 Karten, die zwei Buchstaben zeigen, sowie 11 Angriffskarten und 8 Vokale. Daneben liegen noch 50 Startkarten bei, 10 pro Spieler. Zentral sind hierfür die Buchstaben in der Kartenmitte, in klein nochmal oben links aufgedruckt. Jede der Karten hat darunter noch einen Wert angegeben, den ihr generiert, wenn ihr die Buchstaben erfolgreich verbaut. Der generierte Wert erlaubt euch dann den Kauf von neuen Karten. Wie viel die neuen Karten dann kosten, ist unten links in Cent aufgedruckt. Daneben haben manche Karten noch eine Fähigkeit, die beim erfolgreichen Verbauen aktiviert wird. Unter den Startkarten findet ihr auch Joker-Karten. Diese generieren selbst einen Wert von 0, können aber als beliebiger Buchstabe verwendet werden. Daneben gibt jede Joker-Karte auch Ruhmkarte genannt Siegpunkte. Wie viel ist unten rechts angegeben, bei den Startkarten jeweils ein. Neben den Startruhmkarten gibt es noch 28 weitere Ruhmkarten, die ihr im Spielverlauf sammeln könnt. Diese bringen dann deutlich mehr Siegpunkte als eure Startkarten. Daneben liegt noch eine Karte öffentliche Karten bei, sowie 6 zugehörige öffentliche Karten. Diese können, wenn sie ausliegen, von allen Spielern bei ihrer Wortzusammenstellung verwendet werden. In der Box findet ihr dann noch mehrere Trennkarten, die ihr zum Sortieren der Karten in der Box verwenden könnt. Die Talent-, Themen- und Auszeichnungskarten, sowie die Holzwürfel benötigt ihr für das Standardspiel nicht und ihr könnt dieses Material erstmal zur Seite legen. Für den Spielaufbau erhält jeder Spieler 10 Startkarten, bestehend aus 5 Joker-Karten und jeweils einen Buchstaben T, R, S, N und D. Die Buchstaben- und 2 Buchstabenkarten werden nach ihren Kosten sortiert, gemischt und dann als offene Stapel auf den Tisch gelegt. Um das Sortieren zu vereinfachen, sind die Karten einer Preiskategorie in der gleichen Farbe gehalten. Die 8-, 9- und 10-Cent-Karten werden dabei zu einem Stapel zusammengemischt. Die Angriffskarten zu erkennen an dem Begriff Angriff könnt ihr nach Wahl hinzufügen. Empfohlen ist es aber nur für das Spiel mit fortgeschrittenen Spielern. Von jedem Stapel legt ihr dann noch offen eine Karte unter dem Kartenstapel aus, mit Ausnahme des 2-Cent-Stapels. Die stellt dann das Angebot dar, von dem die Spieler neue Karten kaufen können. Die Karte Öffentliche Karten wird ebenso ausgelegt und danach werden alle öffentlichen Karten gemischt. 4 davon werden offen auf die Karte gelegt, sodass nur die oberste Zeile 7 Buchstaben zu lesen ist und beim Wegnehmen jeder weiteren Karte jeweils die nächste Zeile lesbar wird. Die Ruhmkarten werden ebenso nach ihren Kosten sortiert und in 4 offenen Stapeln ausgelegt. Wie viele Ruhmkarten ihr verwendet, hängt von der Spieleranzahl ab. Dabei könnt ihr euch an der Tabelle auf der Trennkarte orientieren. Die nicht verwendeten Karten kommen dann zurück in die Spielbox. In dem Spiel hat jeder Spieler seinen eigenen Kartensatz, den er verdeckt und gemischt vor sich als Nachziehstapel bereitlegt. In seinem Spielzug zieht der aktive Spieler Karten von diesem Stapel auf seine Hand und entscheidet sich, welche er davon spielen möchte, um daraus ein Wort zu bilden. Die nicht verwendeten Karten werden dann offen auf den persönlichen Ablagestapel gelegt. Sollte ein Spieler nachziehen müssen und sein Nachziehstapel ist leer, mischt er seinen gesamten Ablagestapel und bildet so einen neuen Nachziehstapel. Zu Spielbeginn ziehen die Spieler fünf Karten vom Nachziehstapel auf ihre Hand. Der Spieler, der als letztes einen Roman gelesen hat, ist Startspieler. Die Spieler führen dann reihum im Uhrzeigersinn ihre Züge durch, wobei ein Zug aus mehreren Schritten besteht. Als erstes legt man Angriffskarten aus seinem letzten Zug ab und danach bildet man aus seinen Handkarten ein Wort und ermittelt dann dessen Wortlänge. Hier wurde beispielsweise das Wort Stern mit einer Wortlänge von fünf Buchstaben gebildet. Als nächstes werden die Kartenfähigkeiten angewendet und dann wird das Wort gewertet. Im Anschluss darf man dann von dem generierten Wert Karten kaufen. Alle gespielten und nicht gespielten Karten werden dann auf den Ablagestapel gelegt und danach werden fünf neue Karten auf die Hand gezogen. Zur Bildung eines Wortes dürft ihr beliebig viele Handkarten offen für euch auslegen. Ruhmkarten können dabei wie erwähnt als Joker verwendet werden, heißt als beliebige Buchstaben. Hier wird zum Beispiel das Wort Dichtung ausgelegt und der Joker als U genutzt. Man darf daneben auch einmalig in seinem Wort den öffentlichen Buchstaben verwenden, der oben liegt. Die öffentliche Karte selbst bleibt dann aber auf dem Stapel liegen. Der Spieler könnte hier also das U nutzen, um das Wort Runde zu bilden. Grundsätzlich muss man aber nicht alle seine Handkarten bei der Bildung des Wortes verwenden, ungenutzte Karten können einfach abgelegt werden. Beim Zusammenstellen der Wörter muss man aber beachten, dass das Bilden von Eing- oder Ortsnamen nicht erlaubt ist. Ist das Wort gebildet, ermittelt ihr die Wortlänge. Dafür zählt ihr alle Buchstaben in dem gebildeten Wort zusammen. Zwei Buchstabenkarten zählen dementsprechend als zwei Buchstaben. Joker und öffentliche Karten jeweils als ein Buchstabe. In dem Beispiel hier hätte das Wort Runden eine Wortlänge von sechs Buchstaben. Wenn die Wortlänge des gebildeten Wortes der sichtbaren Zahl der Karte öffentliche Karten entspricht, erhält man die oben liegende Karte in seinen Ablagestapel. Dabei muss man die Karte nehmen, man darf nicht darauf verzichten. Wurde auf diese Art und Weise eine öffentliche Karte genommen, ist nun die nächste öffentliche Karte erschienen, die wiederum mit einer höheren Anzahl an Buchstaben erworben werden kann. Sobald ein Spieler die letzte öffentliche Karte erwirbt, endet das Spiel am Ende des aktuellen Spielerzuges. Nach dem Bilden des Wortes und der Ermittlung der Wortlänge aktiviert man die Fähigkeiten von seinen ausgelegten Karten. Fähigkeiten von nicht ausgelegten Karten werden hingegen nicht aktiviert. Grundsätzlich müssen die Fähigkeiten aktiviert werden, es sei denn, es ist explizit mit Du darfst angegeben, dass das Aktivieren optional ist. Die Aktivierung mancher Karten ist auch an bestimmte Bedingungen gebunden, nur wenn diese erfüllt sind, tritt dann der Kartentext in Kraft. Die beispielsweise hier, wenn der Wert des Wortes 8 Cent oder mehr ist, darf man am Zugende eine Karte mehr nachziehen. In welcher Reihenfolge die Karteneffekte angewandt werden, entscheidet der aktive Spieler. Die Werte aller ausgelegten Karten werden dann addiert, also die Zahlen in der oberen linken Ecke, inklusive des Wertes der öffentlichen Karte, wenn diese verwendet wurde. Ebenso werden Boni von Karteneffekten hinzugerechnet. Man darf dann im Anschluss in Höhe des generierten Wertes Karten vom Angebot kaufen, also Buchstabenkarten oder Ruhmkarten. Die Kosten der jeweiligen Karte sind unten links in Cent angegeben. Dabei kann man sich grundsätzlich auch mehrere Karten kaufen, solange man sich diese leisten kann. In dem Beispiel hier hätte der Spieler mit dem Wort Schnee einen Wert von 6 generiert. Da er einen Joker verwendet hat, erhöht er durch die Fähigkeit seines Ends den Wert auf 8. Damit kann er sich Karten bis zu einem Wert von 8 Cent kaufen. Er kann aber auch mehrere Karten kaufen, zum Beispiel eine 5- und eine 3-Cent-Karte oder vier 2-Cent-Karten. Man muss nicht für den gesamten Wert einkaufen, aber überschüssiges Geld verfällt am Ende des Zuges. Sollte eine Karte von der unteren Reihe gekauft werden, wird die obere Karte nach unten geschoben, sodass immer zwei Karten je Preisklasse ausliegen. Sind nach dem Kauf zwei oder mehr Ruhmkarten Stapel leer, endet das Spiel sofort. Nach dem Kauf legt man alle Karten, die gekauften, die gespielten und die übrigen von seiner Hand auf den Ablagestapel. Sollte man in seinem Wort eine Angriffskarte verbaut haben, bleibt diese aber liegen. Erst zu Beginn des nächsten Zuges des aktiven Spielers wird diese wieder abgelegt. Die Angriffskarten haben dabei einen negativen Effekt auf die Mitspieler. Im Anschluss zieht man wieder fünf Karten vom Nachziehstapel auf seine Hand. Waren im gespielten Wort Fähigkeiten enthalten, die das Ziehen von weiteren Karten ermöglichen, zieht man diese nun zusätzlich. Wenn der Nachziehstapel leer ist und man ziehen muss, mischt man den Ablagestapel und bildet einen neuen Nachziehstapel, von dem man dann die restlichen Karten zieht. Danach ist der Zug beendet und der Spieler zur linken ist an der Reihe. Wie gesagt, das Spiel endet sofort, wenn mindestens zwei Ruhmkartenstapel leer sind oder am Ende des Zuges des Spielers, der die letzte öffentliche Karte erworben hat. Die Spieler zählen nun alle die Siegpunkte ihrer Karten zusammen, im Wesentlichen auf den Ruhmkarten, aber auch auf den öffentlichen Karten. Dabei werden alle Karten gezählt, also sowohl die im Nachziehstapel als auch im Ablagestapel, sowie die Handkarten. Der Spieler mit den meisten Punkten gewinnt dann das Spiel. Im Falle eines Gleichstandes der Spieler mit den meisten öffentlichen Karten. Das als Überblick zu den Spielregeln, im Folgenden zeige ich noch eine Beispielrunde. Das Spiel ist hier bereits für zwei Spieler aufgebaut und der rote Spieler ist der Startspieler. Er hat auf seiner Hand die Buchstaben D, N und S, sowie zwei Joker. Er entscheidet sich unter dem Einsatz seiner zwei Joker das Wort Dunst auszulegen. Das Wort hat eine Wortlänge von fünf Buchstaben, er erhält also damit nicht die öffentliche Buchstabenkarte. Darüber hinaus hat er einen Wert von drei generiert, für den er jetzt kaufen kann. Er entscheidet sich für die zwei Buchstabenkarte IE, die drei Cent kostet, und legt die Karte in seinen Ablagestapel. Im Anschluss wird die oberste Karte des Stapels darunter ausgelegt. Die gespielten Karten legt er nun auch alle ab und zieht dann wieder fünf neue Karten für die nächste Runde auf seiner Hand. Nun ist der schwarze Spieler am Zug und dieser hat zwei Joker und die Buchstaben S, T und R auf der Hand. Unter Verwendung des öffentlichen Buchstabens E entscheidet er sich den Begriff Laster auszulegen. Sein Wort hat somit eine Länge aus sechs Buchstaben, was auch nicht genug ist, um den öffentlichen Buchstaben E zu erwärmen. Das Wort generiert ihm aber nun einen Wert von vier Cent und er darf dementsprechend jetzt hier einkaufen. Für die vier Cent entscheidet er sich, das L zu kaufen und legt es in seinen Ablagestapel. Auch er legt dann die gespielten Karten auf den Ablagestapel und zieht fünf neue Karten für die nächste Runde auf seine Hand. Rot ist wieder am Zug und er hat drei Joker und die Buchstaben R und T auf der Hand und er entscheidet sich ebenso unter Verwendung des öffentlichen Buchstabens E ein Wort aus sechs Buchstaben auszulegen. Und zwar das Wort Reiten, das ihm in Summe drei Cent bringt. Für die erhaltenen drei Cent erwirbt er erneut eine Karte und legt diese auf seinen Ablagestapel. Die gespielten Karten legt er nun ebenso auf den Ablagestapel und muss nun zum Rundenende fünf neue Karten ziehen. Da sein Nachziehstapel leer ist, muss er den Ablagestapel mischen und so einen neuen Nachziehstapel bilden. Von diesem zieht er dann seine fünf Karten nach. Schwarz ist wieder dran und mit den drei Jokern und dem Buchstaben N und D als auch dem öffentlichen Buchstaben E bildet er das Wort Agenda. Seinen Joker setzt er dementsprechend als A, G und A ein und den öffentlichen Buchstaben muss man sich hier dazu denken. Das gibt ihm drei Cent, von denen er sich jetzt auch eine neue Karte kauft und zwar das E und das I. Nachdem Schwarz wieder aufgezogen hat, ist Rot wieder an der Reihe und dieser entscheidet sich ein Wort mit sieben Buchstaben auszulegen. Und zwar unter Verwendung des öffentlichen Buchstabens E legt er nun das Wort Entehrt aus. Sein Wort hat damit genau sieben Buchstaben, womit er nun die öffentliche Karte, das E, erhält. Darüber hinaus generiert er mit dem Wort einen Wert von fünf Cent. Für die fünf Cent kauft er das D und legt die Karte in seinen Ablagestapel und dann deckt er noch eine neue Karte auf. Daneben ist nun für zukünftige Züge das U als öffentlicher Buchstabe verfügbar. Schwarz auf der anderen Seite hat er eigentlich schon mit den öffentlichen Buchstaben geplant, das Wort Leisten auszulegen. Als Alternative dazu bildet er nun das Wort Steil. Das generiert ihm sechs Cent und er entscheidet sich davon, eine Karte für vier Cent und eine Karte für zwei Cent zu kaufen. In seinem gespielten Wort ist eine Angriffskarte enthalten und diese lässt er nun bis zum Beginn der nächsten Runde auf dem Tisch liegen. Für jeden Joker, den der rote Spieler in der folgenden Runde verwendet, erhält er einen Cent abgezogen. Alle anderen Karten legt er dann auf den Ablagestapel und zieht wieder fünf Karten auf seine Hand nach. Nicht erfreut von der Angriffskarte legt der rote Spieler nun das Wort Diener vor sich aus. Dies würde eigentlich einen Wert von vier generieren, aber da er zwei Joker verwendet hat und die Angriffskarte ausliegt, nur einen Wert von zwei. Dafür kauft er sich dann den Vokal und legt alle Karten wieder ab. Sein Nachziehstapel ist mit zwei Karten nicht groß genug, damit er fünf Karten auf die Hand ziehen kann. Das heißt, er muss den Ablagestapel neu mischen und von diesem dann die letzten drei Karten ziehen. Auf der anderen Seite legt der Spieler als erstes die Angriffskarte ab, die jetzt nun nicht mehr gilt. Und im Anschluss legt er mit dem öffentlichen Buchstaben U das Wort Durst aus. Das generiert ihm drei Cent und er kauft das C und das H. Alles wird wieder abgelegt und danach wieder fünf neue Karten auf die Hand gezogen. Ähnlich wie bei dem roten Spieler muss der Spieler hier seinen Ablagestapel neu mischen. Nachdem der schwarze Spieler wieder aufgezogen hat, legt der rote Spieler das Wort Seiten aus. Das generiert ihm in Summe fünf Punkte und er entscheidet sich diesmal eine Rumkarte zu kaufen. Schwarz auf der anderen Seite legt das Wort Henne aus. Das Wort würde ihm eigentlich fünf Cent generieren, aber durch seine Kartenfähigkeit hier zwei weitere Cent, da er alle seine Handkarten verbaut hat. In Summe also sieben Cent. Daneben muss er noch das E hier entsorgen, das heißt aus dem Spiel herauslegen. Die Karte kann also nur einmal verwendet werden, kommt also nicht zurück in seinen Ablagestapel. Von den sieben Cent kauft der Spieler nochmal einen Vokal und eine Ruhmkarte. Das Spiel endet, wie gesagt, wenn mindestens zwei der Ruhmkartenstapel leer sind oder alle öffentlichen Karten erworben wurden. Dann zählen die Spieler alle Siegpunkte ihrer Karten zusammen und der Spieler mit den meisten Punkten hat das Spiel gewonnen. An der Stelle beende ich die Beispielrunde mit euch und ich hoffe, ihr konntet einen guten Eindruck von dem Spiel gewinnen. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich sage schau und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.